Wir sind das Songwriter-Duo Vorgänger und das ist Konstantin und das ist Lorenzo. Wir haben sozusagen diese Aufgabenbereiche ganz klar getrennt. Ich mache die harmonischen Sachen, die instrumentalen Sachen und Lorenzo singt, macht die Texte und auch die Produktion. Wir wollen so viel Musik machen wie möglich und so viel Vorgänger machen wie möglich und versuchen unser Leben danach auszurichten. Wir wollen so viel Vorgänger machen wie möglich und so viel Vorgänger machen wie möglich. Wir wollen so viel Vorgänger machen wie möglich und so viel Vorgänger machen wie möglich. Wir wollen so viel Vorgänger machen wie möglich.